Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Amon und ich erzähle dir, was die Woche so in der Raumfahrt abging. Viel Spaß! Wir schauen uns heute in den News an, was die letzte Woche so gestartet ist, was auf dem ersten Bild ist, dass das James-Webb die Woche zur Erde gefunkt hat und natürlich, was sich bei SpaceX in Boca Chica so tut. Und am Ende gebe ich dir noch einen Ausblick, was uns nächste Woche an Starts erwartet und natürlich, was Elon Musk uns für die langersehnte Starship-Präsentation dieser Woche versprochen hat. Wenn dir mein News-Format gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen magst, genau, abonniere gerne meinen Kanal, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche neue Videos über Raumfahrttechnik und Neuigkeiten aus der Raumfahrt. Und wenn du meine Videos verabsehen magst, für alle Kanalmitglieder und Patreons lade ich meine Videos vorab und ohne Werbung hoch. Bevor wir mit den Starts der vergangenen Woche anfangen, hier noch ein tolles Highlight, das ihr euch merken solltet. Am Sonntag, den 6.02. erwartet euch um 18 Uhr ein gemeinsamer Livestream mit Jakob von Breaking Lab zum Thema meiner letzten Episode, Venus-Luftschiffe. Ja, den könnt ihr auf Twitch bei Jakob von Breaking Lab schauen oder hier auf YouTube über Senkrechtstarter. Und da es ein astronomisches Thema ist mit der Venus, haben wir mit Astro Tim auch einen Special Guest am Start. Mit den beiden wird das bestimmt ein großartiger Talk und wir freuen uns über eure Live-Chat-Fragen. Und noch der Hinweis, dass die Einsendefrist für die Inno Space Masters auf den 18. Februar verlängert wurde. Ja, ich sitze für die Raumfahrtagentur des DLR in der Jury und freue mich riesig, eure Ideen zum Thema nachhaltige und effiziente Innovation für Weltraum und Erde zu erfahren. Einzelne Ideen werden mit bis zu 400.000 Euro unterstützt. Und keine Angst, ich muss da ein NDA unterschreiben und werde mir eure geilen Ideen nicht unter den Nagel reißen oder hier vorab darüber berichten. Aber jetzt zu den Raketenstarts der vergangenen Woche. Nach mehreren Verschiebungen ist Dienstagmorgen um kurz nach Mitternacht endlich die Falcon 9 mit dem italienischen Aufklärungssatelliten Cosmos SkyMap gestartet. Ich habe mich sehr am nächsten Morgen geärgert, dass ich keinen Livestream gemacht habe. Denn die Bilder des Starts und der Landung waren das Beste an Live-Berichterstattung, was wir bis zum heutigen Tage von Raketenstarts bekommen haben. Und die Latte war von SpaceX ja schon vorher sehr hoch gelegt. Neben den wie immer großartigen Bildern von der Startrampe und den Bildern aus der Boosterkamera beim Aufstieg und bis zur Landung wurde dieser Start von den Bodenkameras der NASA verfolgt. Und diese Bilder standen auch live zur Verfügung. In nie dagewesener Qualität während einer Live-Übertragung konnte beobachtet werden, wie die Stufentrennung erfolgte und die zweite Stufe zündete. Man konnte sogar die Transportversteifung des Zweitstufentriebwerks ausmachen, die kurz nach der Zündung des MVEC ausgestoßen wird. Noch aufregender aber, dass wir die Kaltgas-Triebwerke des Boosters, die den Booster direkt nach der Stufentrennung umdrehen, sehen konnten und auch, wie der Booster umdreht. Nicht nur das, wenn die Nutzlast es zulässt, werden die Booster zurück zur Startrampe geflogen. Während die Übertragung aus Booster und von den Dronechips doch oft etwas bei der Landung wackelt oder abbricht, gibt es bei Landungen am Boden natürlich hervorragende Live-Bilder. Wir hatten eine Landung am Boden auf Landing Zone 1, die sich etwa 9 Kilometer von der bei diesem Flugverwendung und Startrampe SLC-40 entfernt befindet. Kleine Kritik für SpaceX. Anstatt die Zweitstufe weiter zu verfolgen, wäre es bestimmt cool, wenn das nächste Mal die Tracking-Kamera den Booster im Fokus behalten würde. Aber das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Also ich würde sagen, für alle Raketen-Fans war dieser Start ein absolutes Highlight. Für SpaceX natürlich wichtiger als die schönen Bilder. Der italienische Satellit Cosmos Skymat der zweiten Generation wurde erfolgreich in seinen Ziel-Orbit geflogen. Deutlich schönere Uhrzeit für uns Zentraleuropäer war der zweite Start der Woche. Ihr wart 1300 Raumfahrt-Fans hier auf Senkrechtstaaten und habt mit mir zusammen den zweiten Falcon 9 Start der Woche geschaut. Am Mittwochabend, den 2. Februar, ist um 21.27 Uhr MEZ eine weitere Falcon 9 abgehoben. Diesmal für das National Reconnaissance Office, also die Behörde, die in den USA für die Spionagesatelliten zuständig ist. Was genau gestartet wurde, wissen wir leider nicht. Ja, war alles top secret. Aber dass es in einen sonnensynchronen Orbit ging, wissen wir. Gestartet wurde von Space Launch Complex 4, SSC-4E, der Vandenberg Space Force Base. Das ist in Kalifornien an der amerikanischen Westküste. Auch hier war die Startberichterstattung wieder hervorragend. Zwar gab es hier nicht die NASA Bodenverfolgerkameras, aber durch das Landen auf Land, Laning Zone 4, wieder sehr tolle Bilder der Landung an Land. Wie ich während des Livestreams schon erklärt hatte, konnte man bei dieser Landung sehr gut sehen, dass die Landebeine nicht ausgefahren werden, sondern nach dem Abstoßen aus ihrer Transportposition allein durch die Trägheit und die Schwerkraft ausklappen. Denn wenn es noch eine Rotation im Booster gibt, kann man wie hier klar erkennen, dass die Beine nicht gleichzeitig ausklappen. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches und haben wir schon bei vielen Landungen gesehen. Das ist auch schon irgendwie verrückt, oder? Dass ein Orbitalraketenbooster einfach mal in der Nähe der Startrampe landet. Schön durch dieses Foto illustriert, dass Start und Landung in einem Fotoüberlager zeigt. Als Sahnehäubchen wurden dann nach dem Start auch noch Drohnenaufnahmen des Starts von SpaceX auf Twitter nachgeliefert. Rakete gestartet, Booster gelandet, Nutzlast für einen weiteren Kunden in den Zielorbit gebracht, ein weiterer erfolgreicher Flug für SpaceX. Die eingesetzte Rakete war übrigens komplett neu und wird später im Jahr erneut für das National Reconnaissance Office geflogen. Und aller guten Dinge sind drei. Der dritte Start der Woche am Donnerstag, den 3. Februar, war auch von SpaceX. Mit 19.13 Uhr auch wieder eine super Uhrzeit für alle Europäer und so war ich erneut live und wir haben uns den 140. Falcon 9 Start zusammen angesehen. Gestartet wurde von der dritten und aktuell letzten Startrampe, die durch SpaceX betrieben wird, das berühmte Launchpad 39A, von dem schon Neil Armstrong zu seinem Mondflug aufgebrochen ist. Diesmal kein Kundenauftrag, sondern ein SpaceX-interner Flug mit 49 Starlink-Internet-Satelliten. Und da die internen Flüge so günstig wie möglich durchgeführt werden sollen, geht man hier auch weiter an die Grenzen der Hardware. So war dieser Flug auch ein Rekord für die erste Nutzlastverkleidung, die zum sechsten Mal geflogen wurde. Ich meine, dass eine Schale neu etwa 3,5 Millionen Dollar kostet. Also bei 6 Wiederverwendungen mal eben 21 Millionen Dollar gespart. Ja, was soll ich sagen? Der Flug war ein Erfolg und sowohl die Satelliten konnten ausgesetzt werden, als auch der Booster wieder gelandet werden. Wobei ich mir bei der Landung ziemliche Sorgen gemacht hatte, weil die See so rau war und das Drone-Chip merklich in Bewegung war. Ist letztlich wohl alles gut gegangen und der Octograbber konnte den Booster nach der Landung sichern. Der Octograbber ist ein Roboter, der nach der Booster-Landung aus einem Feuerschutzbunker auf dem Drone-Chip fährt und den Booster an der Triebwerksbasis greift und festhält. Der Roboter wurde eingeführt, nachdem mehrere Booster nach erfolgreicher Landung durch Seegang beschädigt wurden. Mittlerweile ist die Falcon 9 die zuverlässigste einsatzbereite Rakete und ist öfter geflogen als das Space Shuttle. Aus diesem Grund widmen wir uns am Montag eine ganze Episode lang der Falcon 9. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte der erste Start von Asta und der Rocket 3 vom Cape Canaveral erfolgt sein. Weil die Rakete nach nur einem erfolgreichen Orbitalflug immer noch Prototypen-Status hat und der Powerslide letzten Sommer ja so grandios war, ja, habe ich einen Livestream aufgesetzt. Wenn du wissen magst, wie der Start ausgegangen ist, schau einfach rein. James Webb hat seine ersten Bilder aufgenommen. Okay, das war etwas übertrieben. Um die Spiegelausrichtung vornehmen zu können, wird eines der Instrumente als Sensor genutzt. Und genauer gesagt die Nah-Infrarot-Kamera NIRICAM. Wie letzte Woche schon angekündigt, wurde also diese Woche mit dem dreimonatigen Prozess der Ausrichtung des Teleskops begonnen. Aber auch wenn es nur ein technisches Bild war, haben die Mitglieder des Web-Teams die ersten Photonen von Sternenlicht gesehen, die durch das gesamte Teleskop gewandert sind und von der Nah-Infrarot-Kamera NIRICAM erfasst wurden. Dieser Meilenstein markiert den ersten von vielen Schritten zur Aufnahme von Bildern, die zunächst unscharf sind, mit deren Hilfe aber die Feinkalibrierung des Teleskops erfolgen kann. Das kann man auch sehr gut auf der NASA-Animation sehen, wie die Ausrichtung der 18 Hauptspiegelelemente letztlich zu einem scharfen Bild führen soll. Dieses erste Licht kam übrigens von dem Stern HD 844-06. Der befindet sich mal eben schlappe 258 Lichtjahre von uns entfernt. Den Stern kannst du auch mit bloßem Auge gut erkennen und vor allem relativ einfach finden. Denn der befindet sich etwa eine Kastellänge hinter der Oberkante des Kastens am großen Wagen. Und den großen Wagen findet neben Orion vermutlich jedes Kind am Sternenhimmel. Gaia Aerospace hat ein Update zu ihrer Valkyrie-Rakete gegeben. Der Air Launcher, der von Deutschland aus starten soll, wäre der erste wiederverwendbare. Dazu verfügt die Kerosin- und Flüssigsauerstoff betriebene Rakete unter anderem über Gitterflossen. Das Konzept sieht aber keine senkrechte Landung vor wie bei SpaceX, sondern ein Gleitschirm, der samt Rakete noch in der Luft mit Hilfe eines Helikopters gefangen werden soll. Das Konzept kennen wir ja bereits von Rocket Lab, die das zwar schon getestet haben, aber noch nicht mit einem wiederkehrenden Booster demonstriert haben. Auch ein Konzept, das wir von Rocket Lab schon kennen, betrifft die meiner Meinung nach interessanteste Änderung des Valkyrie-Designs. Denn ähnlich zu Neutron, der nächsten Rakete von Rocket Lab, die dann auch wiederverwendbar sein soll, plant Gaia, die Nutzlastverkleidung an der Rakete zu belassen und diese dann mit dem Booster zurückzubringen. Wie wir ja am Anfang der News für die Falcon 9 schon besprochen hatten, kann sich das für ein wiederverwendbares Konzept durchaus lohnen. Ein weiterer Vorteil einer die gesamte zweite Stufe umfassenden Nutzlastverkleidung ist, dass man die zweite Stufe erheblich leichter bauen kann, weil man keinen Hitzeschutz vorsehen muss. Vor allem aber, da man die zweite Stufe in die erste Stufe einhängen kann, was dann für die Hauptlast in einer reinen Zugbelastung resultiert. Und falls dir die Begriffe Eulerstab oder Knickstütze nichts sagen, musst du mir einfach mal glauben, dass strukturell in den meisten Fällen Zugbelastungen besser sind als Druckbelastungen. Prominente Ausnahme zu dieser Daumenregel ist Beton. Der mag Zugbelastungen gar nicht gern. Kommt mit Druckbelastungen aber sehr, sehr gut klar. Aber ich schweif ab. SLS der NASA Ich habe noch letzte Woche gesagt, es könnte sein, dass wir im Februar noch ein SLS-Rollout sehen werden. Ja, das hat sich leider schon wieder erledigt. Aktuell wird vom 8. März ausgegangen. Auch die daran anschließende Wetress-Rehearsal verschiebt sich so. Naja, better safe than sorry. Bevor wir zu den SpaceX-News kommen, kommt hier die obligatorische Eigenwerbung. Wenn du für die großartige Zukunft der Raumfahrt das richtige Outfit suchst, schau unbedingt mal in den Senkrechtstarter-Shop rein. Da gibt es nämlich dein Outfit für die Zukunft der Raumfahrt. Hashtag Team Space. SpaceX News. Die größte Neuigkeit war die Ankündigung von Elon Musk auf Twitter, dass es in der kommenden Woche endlich das langersehnte Starship-Update geben wird. Dazu dann gleich mehr. Was passiert in Boca Chica gerade? Die zweite, deutlich breitere High Bay, die passenderweise White Bay genannt wird, nähert sich ihrer Fertigstellung. Ich habe es ja schon öfter gesagt, dass SpaceX nicht nur die schnelle, vollständige Wiederverwendung anstrebt. Es sollen Starships in großen Stückzahlen gebaut werden. Das mag jetzt ganz schön verrückt klingen, da SpaceX ja jetzt schon mit der Falcon 9, der mit Abstand größte einzelne Anbieter von Raketenstarts ist. Mit 50 angekündigten Starts würde so zwei Drittel der gesamten gestarteten Nutzlast weltweit 2022 von SpaceX in den Orbit gebracht werden. Aber SpaceX zielt eben nicht auf den kommerziellen Satellitenmarkt mit dem Starship. Den wird man nebenbei mitnehmen. Durch unvorstellbare Nutzlastkapazitäten zum Mars soll die große SpaceX-Vision einer Stadt auf dem Mars ermöglicht werden. Und dafür braucht es tausende Starts. Und da Reisen zum Mars nur alle zwei Jahre sinnvoll möglich sind, ist das Nadelöhr dann nicht durch die Wiederverwendung zu lösen. Durch das beschränkte Startfenster muss alle zwei Jahre so viel Nutzlast wie möglich befördert werden. Dafür braucht man dann eine Serienfertigung, die das Starship und die Booster verlässlich und schnell baut. Das mag alles utopisch und unrealistisch wirken, aber ich habe gelernt, dass man bei allem, was sich SpaceX vornimmt, sehr genau zuhören sollte, bevor man urteilt. Noch sind wir aber nicht in der Serienfertigung, sondern bei dem Bau von Prototypen. Das sind bisher so viele gewesen, dass wir vielleicht noch einmal kurz durchgehen sollten, was da aktuell in Boca Chica so rumsteht. Aktuell befindet sich Starship 20 immer noch neben dem Starttisch und wartet auf seinen ersten Orbitalflug. Der erste und bisher einzige Starship-Prototyp mit sechs Raptor-Triebwerken. Genauer, drei Meereshöhen-Raptoren und drei vakuumoptimierte Raptoren. Starship 21 hingegen ist noch im Rohbau ohne Nase und Flaps, aber mit einer beachtlichen Fläche an Hitzeschutzkacheln auf dem Bauplatz aktuell noch. Starship 22 auch noch ohne Nase und Flaps befindet sich derzeit in der Mid-Bay. Von Starship 23 und 24 gibt es einzelne Segmente auf dem Bauplatz, aber noch keinen größeren Baufortschritt. Und wie war das mit den Boostern? Ja, Booster 4, der mit seinen 29 Raptoren das Starship 20 in den Himmel tragen soll, steht immer noch auf seinem Transportrahmen am Startplatz. Booster 5 wurde verschrottet, Booster 6 wurde nie weitergebaut, sondern stattdessen zu einem Testtank. Ja, was aus dem Booster 6 Testtank eigentlich geworden ist, das habe ich gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel. Wenn du das weißt, schreib mir und den anderen gern unter dem Video. Dann kommen wir zu Booster 7. Booster 7 befindet sich aktuell in der High Bay und wartet auf das Stacking, also das finale Zusammensetzen der Hauptsektion zu seiner vollen Größe. Derweilen wird bereits an Booster 8 gearbeitet. Booster 7 und Booster 8 sind aber beide noch im Rohbau und haben weder Grid-Fins oder Einbauten und sind so noch weit von einem möglichen Flugeinsatz entfernt. Die Whatabout-it-Kameras haben derweilen die ersten Prototypen der Ladeluken für das Starship erspäht. Noch wissen wir ja nicht, wie das Starship eigentlich die Starlink-Satelliten in großen Stückzahlen in den Orbit bringen soll. Vielleicht weiß SpaceX das ja aber auch selber noch nicht so genau. Das Wichtigste ist für SpaceX aktuell die vollständige Wiederverwendung mit ordentlich Nutzlast jenseits der 100 Tonnen. Alle anderen Probleme wird man vermutlich relativ einfach lösen können. Es ist so verdammt viel in den letzten zwei Jahren passiert. Könnt ihr euch noch an das letzte Starship-Update erinnern? Ja, darauf stand Boca Chica aus zwei Zelten und die Hälfte der Community war noch der Meinung, dass Edelstahl eine total doofe Idee ist. Mittlerweile ist die Starbase ein Riesenareal und wir warten seit einem halben Jahr darauf, dass Starship 20 und Booster 4 zum ersten Orbitalflug aufbrechen. Dabei sah im August noch alles so gut aus, als Starship 20 und Booster 4 zum ersten Mal die größte Rakete aller Zeiten bildeten. Sollte das komplette Starship-Programm und SpaceX in sich zusammenfallen, wird man sich nicht mehr an dieses Datum erinnern. Wenn das Starship-Programm aber ein Erfolg wird, dann dürfte der 6. August 2021 zu Recht in Erinnerung bleiben. Und weil SpaceX und Elon Musk die Wirkung von Bildern so gut kennen, hat uns Elon Musk per Twitter angekündigt, dass wir diese Woche wieder einen Full-Stack sehen werden. Also die Kombination aus Booster und Starship zu einer beinahe 120 Meter hohen Rakete. Die größte Rakete aller Zeiten. Die perfekte Kulisse für einen Starship-Update. Zwar wurde die Community in den letzten zweieinhalb Jahren seit dem letzten Starship-Update immer mal wieder häppchenweise mit Infos durch Elon Musk versorgt, aber das lange versprochene Starship-Update-Event wurde immer weiter verschoben. Nun hat Elon Musk spontan getwittert, dass es diese Woche am Donnerstag soweit sein soll. 8 Uhr abends, Texas-Zeit. Das ist leider mit 3 Uhr morgens freitags sehr unschön für uns Europäer, aber da es so ein wichtiges Event sein wird, streame ich das mit Silvan natürlich live. Sowohl auf Mars-Chroniken als auch auf Senkrechtstarter könnt ihr das mit uns live verfolgen, wobei wir jeweils Gast auf dem anderen Stream sind. Hashtag Team Space. Kommt vorbei und seid unter den Ersten, die wissen werden, wie der aktuelle Stand im Starship-Programm ist und auch was die Zukunft für das Starship so bringen wird. Wenn wir von Zukunft sprechen, kommen wir zu den Starts der kommenden Woche. Am Donnerstag, den 10. Februar, startet eine weitere Soyuz-Rakete mit Fregat-Oberstufe und die startet dann 34 OneWrap-Internet-Satelliten im Auftrag von Ariane Spass. Besonderheit, dieser Start erfolgt vom europäischen Raumhafen in Kourou aus. Ich hoffe, es wird einen Stream geben. Sowohl Roskosmos als auch OneWrap hatten ja bei den Starts von Russland oder Baikonu aus ja immer Livestreams. Kommt gerne vorbei, mein Stream ist auf YouTube schon angekündigt und sollte es bei der Startzeit von 19.09 Uhr bleiben, dann werde ich so ab 18.30 Uhr streamen. Ich wünsche euch schon mal einen guten Start in die Woche. Hier möchte ich mich wieder bei all meinen Unterstützern bedanken, besonders natürlich bei meinen YouTube-Kanalmitgliedern und meinen Patreons. Als Dankeschön bekommt ihr ja meine Videos vorab und ohne YouTube-Werbung. Vielen, vielen Dank, dass ihr mithelft, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Weiter geht hier wieder ein fettes Dankeschön ans Discord-Recherche-Team, die wir immer die News mit zusammengetragen haben. Wenn ihr Lust habt, euch mit anderen Raumfahrtbegeisterten auszutauschen, der Senkrechtstarter-Discord hat über 1300 Mitglieder und etabliert sich immer mehr als Dreh- und Angelpunkt für das deutsche Hashtag Team Space. Link zum Discord ist unter dem Video. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, abonnier gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technik-Episode von Senkrechtstarter und am Wochenende immer die Raumfahrt-News. Ja, ich hoffe, die News heute haben dir gefallen. Wenn ja, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön sängrig bleiben. Dein Mo.